Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wollen wir nur ganz kurz darauf eingehen, was ist von den russischen Drohungen mit Kernwaffen zu halten, wie funktioniert Abschreckung und wie wahrscheinlich ist ein Einsatz russischer Kernwaffen in diesem Krieg. Bevor wir auf die Wahrscheinlichkeit eines russischen Einsatzes von Kernwaffen eingehen, müssen wir zunächst darüber sprechen, wie Abschreckung funktioniert. Denn hier geht es ganz massiv um Abschreckung und zwar von beiden Seiten. Abschreckung ist eine sehr fein tarierte Maßnahme, die man gegenüber einem Gegner treffen muss. Ist die Drohung zu klein, wirkt sie nicht abschreckend und der Angreifer bekommt den Eindruck, er könne sich den Angriff leisten, weil die Reaktion zu klein wäre. Ist sie zu groß, verliert sie dagegen an Glaubwürdigkeit, denn niemand glaubt, eine zu massive Drohung, die komplett überdimensioniert erscheint, von der daher nicht zu erwarten ist, dass sie realistischerweise erfolgt, gerade im nuklearen Rahmen. Das heißt, wenn beispielsweise Russland droht, wir führen einen strategischen Nuklearschlag durch, wenn der Westen Geld an die ukrainische Regierung schickt, so ist klar, dass dies ein sinnloser Bluff ist und daher wird es ignoriert. In einem solchen Fall ist eine Abschreckung also komplett unnötig, genauso wie wenn eine Abschreckung eben viel zu klein geäußert wird. Wie ist es nun, was ist von den russischen Drohungen mit Kernwaffen zu halten, die seit Beginn des Krieges immer wieder ausgesprochen werden? Hier müssen wir uns klar darüber sein, dass Russland hier eine Erpressung versucht. Wenn man dieser nachgibt, wenn man auf diese achtet, hier geht es weniger um die Frage, ob man Erpressern jemals Recht geben sollte, sondern das Problem ist, jedes Nachgeben auf eine atomare Erpressung, und das ist etwas Besonderes, eine atomare Erpressung, wenn auf diese nachgegeben wird, glaubt derjenige, der sie äußert, er habe einen Weg gefunden mit den, wie er die Bank, um in Spielernatur zu sprechen, wie er die Bank schlagen kann. Wie er also gegenüber seinen Gegnern, glaubt er, er habe ein System gefunden, wie er seine eigenen Wünsche gegenüber den Gegnern durchsetzen kann. Erlaubt man ihm daher einmal, diese Erpressung erfolgreich durchzuführen, ist es absolut sicher, dass er sie wiederholen wird. Und dann natürlich mit steigendem Einsatz, da er nun ein System hat, mit dem er die anderen erpressen kann. Dieser stetig steigende Einsatz führt dazu, dass er irgendwann unter Garantie an einem Punkt angelangt, wo die andere Seite unter keinen Umständen mehr nachgeben kann und damit der nukleare Schlagabtausch erfolgt. Das heißt, wenn man den Einsatz von Kernwaffen vermeiden will, dann darf man der kleinsten Drohung bezüglich Kernwaffen nicht nachgeben. Denn ansonsten ermutigt man den Drohenden immer neue Drohungen auszusprechen, weil er jedes Mal wieder Erfolg damit hat und daher den Einsatz stetig erhöhen wird, wie es jeder Spieler tut. Wie wahrscheinlich ist es nun, dass Russland Kernwaffen einsetzen wird? Nun, Russland bereitet sich auf einen langen Krieg vor. Mit der Mobilmachung, mit den wirtschaftlichen Maßnahmen und dem Kriegsrecht hat Russland nun massive Missstimmung im Land geschaffen. Es hat den sozialen Vertrag zwischen Regierung und Bevölkerung gebrochen. Dieses Risiko geht Russland nur ein. Diese Maßnahmen ergreift Russland nur, wenn es den Krieg auf konventionellen Mitteln fortsetzen will. Würde es zu Kernwaffen greifen wollen, so wären Mobilmachung, Kriegsrecht etc. nicht im Mindesten nötig gewesen. Daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt ausgehen. Russland hätte diese Risiken, die in der Heimatfront passieren, hätte es nicht durchgeführt, es wäre diese Risiken nicht eingegangen, wenn es nicht den Krieg auf konventionellen Mitteln weiterführen würde. Dazu kommt, dass ein Einsatz von Kernwaffen die Nationen, die aktuell noch neutral oder sogar positiv gegenüber der russischen Föderation stehen, sich weitestgehend von ihr abwenden würden. Da ein offensiver Einsatz von Kernwaffen in einem Angriffskrieg etwas völlig anderes ist als eine Verteidigung, als letztes Mittel der Verteidigung, die praktisch jeder nachvollziehen kann. Nationen wie Indien und China, die aktuell weiter darum bemüht sind, gute Beziehungen mit Russland zu unterhalten, würden sich in einem solchen Fall von ihr abwenden. Da beide Nationen als selber Atommächte sind und ein russischer Kernwaffeneinsatz in einem Angriffskrieg dazu führen würde, dass jede Nation, die es kann, sich unmittelbar nach Kernwaffen umsehen würde, sofern sie nicht unter einem effektiven und glaubhaften Schutzschirm von Kernwaffen steht. Für China und Indien würde dies also bedeuten, dass sich Nationen wie Indonesien, wie Japan, wie Südkorea, wie Taiwan, wie Vietnam etc. möglicherweise auch Myanmar, dass diese Nationen sich um Kernwaffen bemühen würden, weil sie sehen, dass nur Kernwaffen ein Schutz sind gegen Großmächte mit Kernwaffen. Beides für beide Nationen ist so etwas absolut untragbar und daher würde es eine absolute und völlige politische Katastrophe für Russland bedeuten, sollte es sich zu einem Kernwaffeneinsatz entscheiden. Um es also kurz zusammenzufassen, auf russische Erpressung mit Kernwaffen darf nicht eingegangen werden, weil Russland ansonsten immer wieder den Einsatz erhöhen wird, bis es zu einem Punkt angelangt ist, wo der Westen nicht mehr nachgeben kann und daher ein nuklearer Schlagabtausch erfolgt. Man muss also die kühle, die ruhigen Nerven behalten und den russischen Bluff akzeptieren, ohne vor ihm die eigenen Karten auf den Tisch zu werfen. Denn je häufiger man nachgibt, desto wahrscheinlicher wird ein tatsächlicher Kernwaffeneinsatz. Russland jetzt wird unter nahezu vollständiger Sicherheit bis zum Frühjahr definitiv keine Kernwaffen einsetzen, denn ab dem Frühjahr in etwa stehen zusätzlich zu den Mobilisierten dann auch die Wehrpflichtigen zur Verfügung, die ebenfalls die russischen Streitkräfte verstärken kann, sodass Russland auch dann keine Notwendigkeit sehen muss, Kernwaffen einzusetzen. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich sagen, dass ein Kernwaffeneinsatz nicht in ein bis zwei Jahren, wenn der Krieg noch lange weiter dauert, nicht noch möglich wäre. Aber ich denke, aktuell können wir auf jeden Fall bis April oder Mai ruhig schlafen. Es wird keinen Kernwaffeneinsatz durch Russland geben. Das scheint mehr als sicher zum jetzigen Zeitpunkt zu sein. Zumindest so sicher, wie man es von außen betrachtet bewerten kann. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Dieser Kanal ist nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Wenn Ihnen das gefallen hat und wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, dann können Sie das über die Mittel und Wege, die in der Beschreibung stehen. Mein herzliches Dankeschön an alle, die den Kanal bereits unterstützen. Und wenn Sie den Kanal auf andere Art und Weise unterstützen möchten, dann drücken Sie bitte gefällt mir. Hinterlassen Sie Kommentare. Glauben Sie, dass Russland überhaupt den Willen haben könnte, dass Putin die politische Macht hat, um es sich leisten zu können, innerhalb Russlands, innerhalb des Militärs einen Kernwaffeneinsatz in einem solchen Angriffskrieg durchzuführen? Die Diskussionen von Ihnen werden sicherlich sehr interessant sein im Kommentarbereich und Sie helfen natürlich auch mit dem Algorithmus. Und wenn Sie noch nicht abonniert haben, möchte ich Sie herzlich einladen, diesen Kanal zu abonnieren. Vergessen Sie die Glocke nicht, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Und wenn Sie dem Kanal beim Wachsen helfen wollen, dann empfehlen Sie den Kanal doch Ihren Freunden und Bekannten. Das war es von meiner Seite. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.